Kurz informiert bei heise online mit Hanna Alschner SpaceX wird etwa 100 seiner Starlink-Satelliten frühzeitig außer Betrieb nehmen. Den betroffenen Bausteinen des Satelliteninternets von Elon Musk drohen aus ungenannten Gründen Ausfälle. Deshalb lässt das Weltraumunternehmen sie lieber kontrolliert in die Erdatmosphäre stürzen, statt sie später komplett zu verlieren, wenn sie plötzlich zu unkontrollierbarem Weltraumschrott werden. Bei den rund 100 Satelliten handelt es sich um Starlinks erste Generation und SpaceX habe ein gemeinsames Problem bei ihnen festgestellt, das die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls erhöhe. Starlink erklärt, dass zuvor bereits 406 andere Satelliten der bislang fast 6000 gestarteten Trabanten außer Funktion gestellt wurden. Bekannte Cybergangs aus unter anderem China, Russland und dem Iran haben versucht, Open AIs und Microsofts KI-Dienste zu nutzen, sind dabei aber immerhin aufgefallen. Diese Akteure wollten im Allgemeinen Open AI-Dienste nutzen, um Open Source-Informationen abzufragen, zu übersetzen, Codierungsfehler zu finden und grundlegende Codierungsaufgaben durchzuführen, erklären die beiden KI-Partnerunternehmen. Bei den Cybergangs, deren Aktivitäten bekannt geworden sind, handelt es sich um staatlich organisierte und finanzierte Gruppen. Sie alle haben auf verschiedene Weisen die KI-Dienste genutzt. Zum Teil für die einfache Übersetzung von Inhalten, um Phishing-Mails zu verfassen, aber auch um Fehler im Code zu finden und um Technologien zu verstehen. Bundesdigitalminister Volker Wissing will, im Sinne des Koalitionsvertrags, das im Grundgesetz verankerte Fernmeldegeheimnis sowie das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen mit einem zusätzlichen Recht auf Verschlüsselung stärken. Laut einem Referentenentwurf zur Novelle des Gesetzes zum Datenschutz in der Telekommunikation und bei Telemedien aus dem Ressort des FDP-Politikers sollen nummernunabhängige, interpersonelle Telekommunikationsdienste eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchführen oder gewährleisten müssen, dass Endnutzer mit einer solchen Technik selbst abschirmen können. Sollte beides technisch nicht möglich sein, habe der Anbieter über die entsprechenden Gründe Auskunft zu erteilen. Anlässlich der Europawahl verspricht ByteDance, das Unternehmen hinter TikTok, die Integrität von Wahlen zu stärken und politische Werbung weiterhin zu verbieten. Politiker oder Parteien dürfen demnach weder Werbung schalten, noch Geld verdienen oder Fehlinformationen verbreiten und damit den zivilgesellschaftlichen Prozess untergraben oder gefährlichen Schaden anrichten. Noch vor den Wahlen will das Unternehmen eine Leitstelle einrichten, bestehend aus einem auf Wahlen spezialisierten Team aus der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit. Bei bestimmten Inhalten will TikTok, das im Zuge der Wahlen eine Zunahme von Fehlinformationen erwartet, zudem die Reichweite beschränken. Nach eigenen Angaben nutzen jeden Monat mehr als 134 Millionen Menschen aus Europa die Plattform. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017